Only Survivor Die auch kleinlich keine Rolle so dann ignorieren wir alles und laufen einfach weiter wir müssen jetzt mal zum händler ich bin das mal schnell das ist kohle damals musst du dir wirklich alles unter die erde buddeln und alle ressourcen die es gibt freischaufeln raussuchen jetzt haben jetzt aber so geändert das ist halt das ist nicht mehr brauchst jetzt kannst du es auch so machen dass du halt erstmal bestimmte ressourcen einfach an der oberfläche findest und dann brauchst du halt wirklich nicht mehr suchen wir wirklich das haben wir echt gut geändert so ich habe immer ein knüppel gehabt knüppel aus dem sack nicht dass er gleich jetzt haben berinos kommen also das muss mich nicht abpacken aber kann gut sein sagt du kannst du gesagt mit spielen so ich wollte mal schnell was zu leveln wo ich ja der glücks sammler das wollte ich haben das gilt erstmal der glücks sammler dann kriegen wir halt bessere sachen aus dem blut links und das ist am anfang super ok wer das ist eigentlich komplett useless oder nicht von bedeutung aber am anfang brauchen als gute early game wenn man ein gutes early game haben sollten eigentlich diese hier durchwaschen also ein bisschen glück so so ist es nicht und du kannst es mit entscheiden wie viel glück ich habe oder pech je nachdem du warst du stehst aber solange wir noch tageslicht haben müssen halt das ausnutzen und chanel ein bisschen stein ein bisschen ding sammeln ein bisschen holz auch mal hier unser erster zombie haben einfach nur ein bisschen langsam ist noch nicht tot er muss man immer aufpassen im wald ist das problem hier gibt es auch links was ist das denn was sind das heidelbeeren ja eigentlich brauchen wir sie nicht kriegen sie sowieso irgendwann und wirklich pharma machen wir jetzt auch nicht am anfang machen wir hier wirklich survival und links fühle ich nicht weil auch hammer begrenzen platz das graue hier unten das schwarz graue das ist halt deshalb kacke so du kannst es halt damit nicht viel machen also das ist halt sobald irgendwas in diesen bereich kommt dann wird meine geschwindigkeit verlangt also ich krieg halt so immer mehr und mehr so ein debuff und das ist so schneller der debuff heißt treffer neben dem bonus mit so easy ist das sagt auch okay ich habe so viel dämlich gemacht dass ich einfach nur mit zwei schlägen der knüppel gebraucht habe broken nennt man das aber wir können auch ein bisschen musik dann machen sie lange hier dann spielt wenigstens ein bisschen berühmungsvolle musik wollen wenn wir kämpfen gibt es auch musik das haben wir auch geändert das gab es alles damals nicht das spiel war damals einfach nur obwohl die sandbox ganz einfach machen was du willst es gab so ein bisschen den tag fertig fertig ich sehe da was du nie siehst das fängt mit einem haaren hülsen mit hühnchen auf liegen bleiben das kann man langsam in den start jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen da jetzt gibt es ein bisschen mehr zomberinos stein weil wir nehmen wir erstmal jeden zomber mit weil es ist einfach freaks p und tot jetzt geht es los jetzt geht es los jetzt geht es los hier excuse me excuse me oh mein okay oder jetzt bleibt er steht er war versenkt junge stoffen jetzt kann man es mal liegen lassen gegen bleiben Du bist tot! Du bist tot! Ah schlecht, wir sind jetzt hier auf dem Gelände von dem Verkauf. Jetzt können wir gar nichts mehr machen. Machen wir jetzt zu. Hier können wir mal gucken, was es so leckeres gibt. Jetzt quatschen wir mit der guten Dame. Hallo! Ich bin so glücklich, dass du deine Gesichter sehen kannst. Ich sitze immer bei mir jeden Tag. Wenn du keine extra Medikamente finden kannst, gib mir mal deine... Abholen. Ich bin so glücklich. Du kannst überall in diese Gebäude rein. Und in diesen ganzen Gebäuden, was du hier siehst, da sind überall Zombies drin. Krass es! Boah, Junge, wieso geht hier auf einmal gerade aus? Also die Bogen haben hier so krass verändert. Das gefällt mir gar nicht, wie die Bogen verändert haben. Die müssen wir auch mal zwischendurch reingucken. Oh my! Kann man verkaufen. Die kann man gut verkaufen. Leck ein bisschen. Ist normal, ist normal. Leute, ist normal. Nehme ich. Weil gerade super viel neuen Stuff generiert wird. Sollte gleich aufhören. Oh ja. Guckt ihr es an. Da liegt sie einfach. Wieso? Das meine ich, Allah. Und so eine Zombie... Oh my. Tschüss. Wenn ihr eine Quest habt, wo ihr halt ein Gebäude reingehen müsst, cleart erstmal das Gebäude. Nicht die Quest annehmen, warten. Außer ihr habt das schon Gebäude gecleanet. Dann könnt ihr das... Äh, Dings... Äh, wer ist nochmal? Dann könnt ihr das Gebäude anfangen mit der Quest. Aber wenn nicht... Alter, bruh! What the fuck war das denn? Sowas meine ich, Allah. Auf einmal rennen wir jetzt zwei fucking Hunde ins Gesicht. Na gut, dass sie halt über die Minen gelaufen sind. Guck ich sagen. Okay. Das ist neue Mechanik. Die kennen wir euch noch nicht. Okay, keine Zeit verlieren. 15 Uhr schon. Zack. Und dann ab gehts ins Gebäude. Wir gehen hier mal durchs Fenster. Ich sag zu. Bacht. Bacht. Roll auf die Fieslinge. Ich bin so müde. Das Wrecking-Doll ist immer noch super geil. Da ist mein Level up. Let's go. Free kill. Free kill nennt man das. Ach, der, der, der kann ja wirklich hier mehr schrecken, ja. Guck mal, wir sind schon direkt in der Lootgeste, Alter. Ist das nicht super? Leute, ein bisschen direkt in's denn. Alter, ich bin so ein Lacker. Holy shit. Ich hab nicht gedacht, dass ich so Lacker bin. Die Rüstung. Ich hatte jetzt nicht gedacht, dass ich so Lacker bin. Holy shit. Das ist super lack. Ich schwör's dir. Das war nicht geplant. Ich wusste nicht, dass das ein Lootraum da ist. Also in jedem Gebäude gibt's nen Lootraum. Wo du halt, äh, wo du das Endgib... Ja, GG. Leute, es ist GG. Wir haben ne Knarre. Wir müssen mal aufpassen, dass wir... Sein Licht schlägt. Abgeschlagen. Das war ein schöner Selfkill. Gibt's Kaffee? Gibt's Kaffee? Kaffee. Kaffee in Deutschland nie. Okay. Da ist, glaub ich, ein Zombie. Ja. Da ist ein Zombie. Eine jahrelange Erfahrung. Meine Damen und Herren. Äh, Hosen. Nehmen wir auch mit. Es ist immer noch besser, als sie sehen. Ich guck mal, wie sie aussehen. Mal zeigen, wie hässlich wie sie aussehen. Äh, äh. Ey, ihr seht ja richtig aus, als wäre ich aus der Kerbelübste grad rausgekommen, Junge. Holy shit. Wir merken uns die Stelle hier. Einmal hier rum. Zack. Sind wir fertig. So, zack. Alles wird resettet. Das heißt, das Gebäude ist wieder ganz. Es gibt wieder Zombies und so weiter. 22 Uhr kommen die Zombies und so. Das hier mach ich auch noch weg. Okay, gut. Das Ziel ist ja komplett. Das Ziel ist ja komplett broken here. Die Pistole ist auch nicht so gut. Okay, der Bogen ist nicht gut. Oder ich bin nicht gut. Zack. Knöppel nehmen wir immer raus. Der Mann weiß ja nie. Wait, jetzt gibt's Schlüssel. Nice. Das ist gut. Hier ist ein Zombie. Free kill. Das, was ich hier mache, ist als Pro hier. Ist hier nicht, äh... Irgendwie Glück oder so. Das ist alles nur Knowledge. Einfach nur Game Knowledge. Ich meine, wenn du ein paar Stunden in diesem Game hast. Dann sollte es kein Problem sein. Letztes Mal aber der Zombie hier rechts. Da muss man aufpassen, nicht dass hier links ist. Okay, wer Glück. Der war hier rechts. Ich bin so ein scheiß Pro, ne? Ich bin so ein scheiß Pro, ne? Ich könnte auch noch einer rumstehen. Nein. haben wir geklärt oder was war dann schön kaffee rein aber schlangen schlecht 5 meter wo ist das so fertig kostet die färde mit der quest ich glaube schnauze schaffen wir tun das nicht was ist passiert ist einfach umgefallen ist einfach umgekippt der junge ohne grund son of a bitch und dann geht ihr glaube ich mache so aus als auch meine base eigentlich guter platz hier schön mittig in der stadt wenn von hier aus meine links plan so machen wir uns mal hier breit hallo ich möchte nichts kaufen wasser für die kuppel hier war das schon alles war das schon alles habe ich gefragt